Willkommen meine Lieben bei Koch mit Neujahrn und heute machen wir leckere Tortilla Chips. Zutaten lauten 6 Tortilla Wraps, am besten Weizen, 6 Esslöffel Sonnenblumenöl, dann halt Gewürze wie Salz, Paprikapulver und Cayennepfeffer und fangen wir nochmal an. So, ich habe jetzt die 6 Tortilla Wraps übereinander gelegt und die schneiden wir jetzt in drei Ecken. Nehmen uns eine große Schüssel, machen dann die 6 Esslöffel Sonnenblumenöl rein und dann die Gewürze. Also eine starke Prise Salz, eine starke Prise Paprikapulver, ich habe hier Edelsüß genommen. Rühren alles sehr schön um. Ich mache noch eine große Prise Paprikapulver rein, aber rosenscharf. Dann vermengen wir wieder alles, wir unseren Backofen vorheizen auf 200 Grad oder 180 Grad Umluft. So, dann nehmen wir uns 2 bis 3 Backbleche, machen das alles hintereinander. Nehmen uns dann dementsprechend Backpapier und verteilen unsere Dreiecke drauf. So, nach 6 Minuten, 180 Grad Umluft, habe ich die erste Ladung Tortilla Chips aus dem Backofen rausgenommen. So, und für die extra Schärfe, machen wir die Tortilla Chips nochmal in einem Behälter und machen etwas Cayenne Pfeffer rauf und vermengen alles. Nachdem, wie groß ihr eure Dreiecke schneidet, aber ihr könnt sehen, wie ergeblich die 6 Tortilla Wraps waren. So, ihr könnt natürlich einfach lossnacken oder einen leckeren Dip wie Guacamole herstellen mit Avocado, etwas Zitrone, Koriander, Salz, Pfeffer oder einfach etwas Thunfisch, geschmolzenen Käse und Jalapenos drüber. Aber in meinem Fall habe ich einen Salsa Dip hergestellt, die ich natürlich in der Infobox geteilt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Noya. Ciao.